So, also guten Tag allerseits, ich begrüße Sie zur letzten Vorstellung von technischer Informatik dieses Semester. Was ist denn jetzt los? Aber ganz am Anfang, bevor ich anfange, hier noch weiter zu machen, wollte ich gerade noch eine Sache sagen. Letzte Woche ist der Douglas Engelbart gestorben. Bilder können Sie auch im Internet finden. Da stand dann in der Presse sowas wie, der Erfinder der Maus ist gestorben. Aber das tut dem eigentlich ziemlich unrecht. Der Douglas Engelbart, der hat in den 60er Jahren geforscht an Systemen, auch die ganze Zeit geforscht an Systemen, wie Leute computerbasiert, Menschen computerbasiert zusammenarbeiten können. Und dabei hat er so auf dem Wege eine ganze Menge Sachen erfunden. Man sagt, Hypertext wäre seine Idee gewesen. Aber er hatte nicht Hypertext an sich erfunden, sondern er hat darüber nachgedacht, wie Menschen zusammenarbeiten können, computerbasiert. Und wenn man, gutes Beispiel, also muss man noch ein bisschen ausholen, der hat 1967 eine Demonstration gemacht zwischen einem Labor in Stanford und einem Tagungszentrum in San Francisco, also so 30, 40 Kilometer auseinander. Und da hat er eine Datenleitung, eine Videoleitung und eine Datenleitung gemietet gehabt. Und da hat er mit jemandem am SRI in Stanford von dem Hotel in San Francisco aus richtig zusammengearbeitet, 1967. Das System hieß Online System NLS und diese Demo, die wurde später The Mother of All Demos genannt, hat er vorgeführt, wie man gemeinsam mit einem Computer zusammenarbeitet, also in zwei unterschiedlichen Orten. Da hat er schon eine Videokonferenz gehabt, die haben also gegenseitig tatsächlich ein Video angucken können. Und er hat solche Konzepte gezeigt, aus denen manche Leute dann später das Hypertext gemacht haben. Also das, was viele Leute für das Web halten. Dazu hat er auch die Maus gebraucht, weil er halt irgendeinen Pointer gebraucht hat. Aber er hat ganz viele Konzepte, auch Computer Supported Cooperative Work, CSCW, da vorgeführt mit dieser Demonstration. Also zu sagen, dass er die Maus, der Erfinder der Maus ist gestorben, ist technisch vielleicht richtig, aber es tut dem Mann irgendwie überhaupt nicht der Kreativität. Von dem Dage des Engelbart wird das überhaupt nicht gerecht. Aus dieser Demonstration, da ist dann später auch noch am Xerox Park viele Projekte entstanden, die wollten das tatsächlich nachbauen. Auch Mitarbeiter von dem Dage des Engelbart sind dann ans Park gegangen, wo dann diese Sachen entwickelt worden sind, über die wir schon viel gesprochen haben. Also Ethernet und Windows, Maus, Pointer weiterentwickelt worden sind, wo der Laserdrucker entwickelt worden ist. Also viele von diesen, gerade das Netzwerk, das Ethernet oder auch die Windows, also Fenster, nicht Windows an sich, sondern Fenster und Mauspointer, was dann das Steve Jobs so genommen hat und die Firma Apple größer gemacht hat. Das hat er damals am Park gesehen gehabt und das sind eigentlich die Ideen von dem Dage des Engelbart. Irgendwie die Tragik am Leben vom Dage des Engelbart ist, dass als dann das Silicon Valley groß geworden ist mit den PCs und den Computern mit Fenstern und Mäusen und dem Internet und so weiter, hat er kein Forschungsgeld mehr kriegen können für die Projekte, die er wirklich vorhatte, nämlich, dass Menschen zusammenarbeiten und dass Menschen inhaltsbasiert kommunizieren. Also nicht so nur bezüglich der Form, sondern inhaltsbasiert in vielen Medien gleichzeitig kommunizieren. Also der Douglas Engelbart, wirklich einer der Pioniere, wenn nicht sogar der Pionier und Visionär der Computertechnik, wie wir sie heute kennen und vielleicht auch, wie es noch weitergeht, der ist letzte Woche gestorben, ich glaube, der war 88 Jahre alt oder so. Und das dicke Ding war eben, das Inspirierende war eben diese Mother of all Demos 1967 und die Leute, die da drin saßen, ich war noch nicht in dem Alter, wo man in sowas drin sitzt, die Leute, die da drin saßen, die waren einfach völlig erschlagen. Das war wohl so eine Demonstration, wo alle hinterher rausgingen und sich gedacht haben, so, jetzt haben wir mal die Zukunft gesehen. So wird es werden und so ist es gut, wie sie werden soll. Also eine richtige, positive Vision. Obwohl, es gibt Videos im Internet, die können Sie sich raussuchen zu diesem NLS. Wenn Sie nach NLS und Engelbart suchen. Da kriegen Sie das Video auch und das Video selber schaut ein bisschen schwarz-weiß und alt aus. Aber das ist sehr instruktiv und wenn man noch ein bisschen weiter nachliest, sieht man auch, wie toll die Ideen waren, die der Mann hatte und was dann später in vielerlei Richtungen geworden ist. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen was hier über technische Informatik weitererzählen. Wir sind letztes Mal beim RAM hängen geblieben, bei Random Access Memory. Und wir haben geschaut, wie die DRAMs funktionieren. Ich habe, glaube ich, übrigens noch, da hatte ich da so eine Seite, auf der es gefehlt hat, hier. Da habe ich noch diese Zeichnung eingebaut, in der man sehen kann, wie das Timing aussieht von DRAM. Wir generieren also hier die Zeilenadresse und das CAS geht hoch. Dann wird hier die Spaltenadresse generiert. CAS geht wieder runter. Die beiden zusammen, RAS und CAS, die beiden zusammen, geben in ihrer Kombination, welche Adresse jetzt dann anliegt. Jetzt haben wir gültige Daten auf diesem Datenbus und Sie sehen hier, kann man dann wieder eine Row Address und wieder eine Column Address generieren und dann kommen wieder gültige Daten raus und das ist diese Precharge-Zeit, die wir brauchen, nachdem wir zugegriffen haben. Dann müssen wir wieder diese vertikalen Leitungen alle auf VCC halbe vorladen. Also das Timing-Diagramm, das man sich da anschauen kann und da wird dann eben auch klar, warum das eine Zeit lang dauert. Und Sie sehen, von dem Augenblick, wo wir hier Daten haben, braucht es eine ganze Weile, bis wir hier wieder Daten bekommen können. Wir müssen erst hier den Precharge machen, TP, Time for Precharge und dann können wir Row Address und Column Address generieren. Und hier haben wir noch ein bisschen so die Zeit da und da, in der diese Sense Amplifier verstärken müssen und das Signal auswirken müssen. So, jetzt wollte ich noch etwas über ROMs sagen und dann über das, was wir heutzutage fleißig verwenden, nämlich Flashspeicher. Das interessiert ja vielleicht noch. Das ist übrigens, der Flashspeicher ist übrigens aus einer Frage auch in der Vorlesung entstanden. Manchmal wird ja doch gefragt. Das Read-Only-Memory, das brauchen wir zum Beispiel, das Festwertspeicher, das brauchen wir zum Beispiel, um irgendwie einen Bootstrap-Loader oder sowas in unseren Computern implementieren zu können. Worum geht es? Wir müssen Speicherzellen haben, die entweder eine 0 oder eine 1 produzieren. Das ROM, das wird, hier unten steht es, Maskenprogrammiert. Maskenprogrammiert heißt, das wird einmal hergestellt, man macht die Maske, die Schaltung gerade richtig, dass eben bei manchen Adressen eine 0 rauskommt und bei anderen Adressen eine 1 rauskommt. Wie kann man das eigentlich machen, dass manchmal eine 0 und eine 1 rauskommt? Wir haben hier so eine Volt-Line und hier haben wir die Bit-Line und wenn wir hier Spannung anlegen und die beiden sind nicht verbunden, dann bleibt die so wie sie ist. Das interpretieren wir zum Beispiel als 0. Und wenn wir hier eine Diode einbauen und wir legen hier eine Spannung an und die Diode leitet in der Richtung, dann liegt hier an der Bit-Line auch Spannung an. Und das Ganze wieder so im Gitter angeordnet, so wie wir das beim RAM hatten, auch beim DRAM hatten. Das heißt, wir geben hier, machen einen Row-Select und dann sehen wir hier unten dran so eine Bit-Kombination, wenn die eben auch so zeilen-spalten-orientiert eingebaut sind. Die Diode sorgt dafür, dass nicht von irgendeiner anderen Bit-Line hier, von irgendeiner weiteren Leitung hier unten noch was hochkriecht, hier rein oder so ähnlich. Wir wollen auch dann nicht solche Rückkopplungen oder sowas haben. Man kann das auch, naja, das ist hier so eine Diode, wenn die Diode nicht eingebaut ist, hier runter, dann interpretieren wir das als 0 und wenn die Diode eingebaut ist, dann interpretieren wir das als 1. Wir können das auch so transistorbasiert machen, dann haben wir also hier die Zeilenleitung und sobald hier dann Spannung anliegt, kann ja von hier nach hier was fließen, so durchfließen und wenn wir hier dann an dieser Bit-Leitung Spannung anlegen, dann können die hier abgeleitet werden nach Ground und wir sehen hier die 0 und wenn dieser ganze Transistor hier fehlt, dann sehen wir hier eine 1, hier unten an dieser Bit-Leitung. So, Masken programmiert also, keine Diode beziehungsweise hier kein Transistor und das macht man im Augenblick, wo man den Chip produziert. Man kann sowas benutzen, wenn man ein paar hunderttausend solche ROMs braucht, so Festwehrspeicher braucht, dann lässt man sich das produzieren in der Fabrik. Und dann muss man einfach die passenden Masken anliefern, mit und ohne Transistoren an diesen Kreuzern. Wenn man jetzt nicht ein paar hunderttausend braucht, sondern nur ein paar hundert, ist das natürlich nicht besonders ökonomisch. Deshalb gibt es etwas, das heißt Programmable ROM. Da stecken überall solche Dioden drin, in dieser ganzen Matrix. Das heißt, zunächst steht die ganze Matrix auf 1 oder stecken, wenn wir das in der anderen, in der Transistortechnik machen, stecken überall 0, die ganze Matrix steckt auf 0. Aber wir haben an jedem Anschluss von dem Transistor beziehungsweise an jedem Ausgang von den Dioden so ein kleines Stückchen vom Draht, das hitzeempfindlich ist und das schmelzen kann. Fuse, das ist so wie die Sicherung, die in ihrem Auto da für die Scheinwerfer und fürs Radio und so weiter eingebaut ist. Und wenn da ein Kurzschluss entsteht, fließt ein ganz hoher Strom, die Fuse wird warm und schmelzt und dann geht der Scheinwerfer eben nicht mehr ohne die Klimaanlage. Diese Sicherung hier, die müssen wir jetzt gezielt durchschmelzen. Wenn wir also hier aus diesem Nuller einen Einser machen wollen, dann müssen wir hier die Verbindung wegkriegen, beziehungsweise die Verbindung hier wegkriegen. Und das machen wir, indem wir hier eine hohe Spannung anlegen, und hier ebenfalls Spannung anlegen. Dann fließt hier ein hoher Strom, der wird warm nach einem Augenblick und schmilzt durch. Kein Kontakt mehr, dann sieht diese Schaltung aus wie diese hier. Als ob es den Transistor nicht geben würde, beziehungsweise wenn wir hier mal anlegen und das hier auf Ground schalten, hier eine hohe Spannung anlegen, die Programmierspannung, dann wird diese Sicherung hier, naja, dieses empfindliche Stück Draht weggeschmolzen. Dazu gibt es spezielle Programmiergeräte, Prommer nannte man die, naja, den nennt man eigentlich immer noch so, und man braucht es heutzutage nicht mehr so häufig, aber ich erkläre das hier, um klar zu machen, wie sowas funktioniert. Roms und Promms. Jetzt müssen wir, naja, das Dumme ist, wenn man so einen Prom gemacht hat und es fällt einem ein, dass man eigentlich einen Fehler gemacht hat, dann kann man das trotzdem nur wegwerfen. Wenn man die hier, wo man sich dann eine Million Stücke besorgt hat und einem fällt auf, dass man einen Fehler gemacht hat, dann braucht man einen großen Mülleimer. Hier schmeißt man nur einen Schritt weg. Und naja, wenn man irgendwie einen Computer gebaut hat früher oder so, auch sowas hier, dann hat man natürlich beim Experimentieren, beim Entwickeln öfters mal so einen Prom machen müssen. Und es ist natürlich schade, wenn man es dann wegwerfen muss, nachdem man es programmiert hat. Man programmiert es, steckt es rein in seine Schaltung, startet an, testet zwei, drei Minuten, ach, geht ja nicht. Dann schaut man sein Programm an, stellt fest, natürlich, das hier muss ja nicht uns, sondern oder heißen, also muss man ein neues Prom brennen, das alte ist eben kaputt. Schon wieder ein paar Mark in der Tonne. Okay. Deshalb hat man sich E-Proms einfallen lassen und die E-Proms funktionieren in derselben Technik wie das Flash. Oder E-E-Proms. Und da gibt es einen, ja, ich erzähle, wie die konstruiert sind. Und da wird es auch gleich ein bisschen klarer, auch viele Eigenschaften von unserem Flash-Memory und von unseren SSDs werden dann klarer. So ein Erasable Prom, besteht aus, ich meine, das hier ist der normale Transistor. Schauen wir uns das erstmal an. Wir haben hier unten so ein Substrat und in dem Substrat sind Ladungsträger drin. Und so ein Transistor, wenn wir hier zwischen den beiden grünen Teilen, diesen Inseln da, das ist mit Ground verbunden und das hier ist die Ausgangsleitung, wenn hier genügend Elektronen zur Verfügung stehen, kann es einen Fluss von Ladungsträgern von hier nach hier geben. Also hier rüber. Da können die Elektronen wandern, wenn genügend Elektronen hier oben sind. Im Normalzustand von dem Transistor, wenn hier oben keine Spannung anliegt, sind die Elektronen hier gemütlich hier unten verteilt und es gibt nicht genügend Elektronen hier zwischendrin, damit man so eine Kette bilden kann. So eine Art Weiterreichkette. Wenn man hier 5 Volt anlegt, dann werden die Elektronen, die hier unten so gleich verteilt rumschwimmen, die schwimmen, gehen hier nach oben, weil die von den 5 Volt angezogen werden, versammeln sich hier und dann sind genügend da, dass die hier so eins hier raus und da drüben eins rein in diese grüne Insel da fließen können. So ein Prinzip, wie ein Transistor funktioniert. Das Ding hier speichert aber gar nichts. Wenn die 5 Volt weg sind, machen sie sich wieder dünn, die Elektronen verteilen sich da so im Sinne der Entropie gleichmäßig. Und der leitet hier wieder nicht. Das wollen wir ja eigentlich für den normalen Transistor, für den normalen Feldeffekt-Transistor. Und jetzt gibt es hier besondere Transistoren, diese Floating-Gate-Transistoren. Diese Floating-Gate-Transistoren, der normale, der hat hier also, da kommen die 5 Volt rein und dazwischen dem, diesem Stück Metall hier und dem Substrat hier unten ist ein Isolator. Und da kommen die Elektronen auch nicht durch. Es gibt, wenn man das ein bisschen anders herstellt, diese Floating-Gate-Transistoren, die haben hier einen Isolator und dann kommt so ein kleiner Bereich, in dem sich wieder Elektronen aufhalten können. Indem man die sozusagen speichern kann. Und dann gibt es wieder einen Isolator und hier oben sind die 5 Volt. Wenn ich hier die 5 Volt anlege und hier in diesem Floating-Gate hier oben drin befinden sich viele Elektronen, dann sorgt das dafür, dass die hier unten sich nicht so angezogen fühlen, weil die Elektronen hier sozusagen das Feld von hier oben kompensieren. Okay? Nehmen wir mal an, es ist okay. Wenn hier in diesem Floating-Gate wenig Elektronen drin sitzen, wenig Ladungsträger drin sind, dann entsteht hier ein Feld und die hier können nach oben gezogen werden, die Elektronen hier unten drin im Substrat und dann kann diese Kette zustande kommen, dass hier Elektronen fließen. Wenn ich hier also keine Elektronen drin habe oder wenig Ladungsträger drin habe, dann kann ich hier 5 Volt anlegen und der Transistor schaltet durch. Wenn ich hier 5 Volt anlege und es sind viele Ladungsträger da drin, dann schaltet er nicht durch. Das hier ist also ein kleiner Speicher. Jetzt haben wir nur noch das Problem, wir müssen diesen kleinen Speicher auf Befehl, wenn wir das Ding programmieren, wenn wir abspeichern, müssen wir dieses Floating-Gate hier mit Elektronen vollkriegen und wenn wir löschen wollen, dann müssen wir die auch wieder rauskriegen oder umgekehrt. Wir müssen die also hier aus diesem Floating-Gate vertreiben können, die Elektronen und wir müssen sie reinholen können. Wenn wir sie drin haben und wir legen hier oben Spannung an, so, dann fließt hier kein Strom, keine Ladungsträger und wenn hier nichts drin ist, wenn wir sie vertrieben haben, dann können hier Ladungsträger fließen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, diesem, das ist ein Isolator hier, der da, beziehungsweise der da, der da, der da, das sind Isolatoren. Da kriegen wir natürlich nicht so leicht Elektronen durch. Wenn wir das hier aber richtig ausgestalten, das Material, da, 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 dann kriegen wir in einer bestimmten Konfiguration, über die wir gleich sprechen, Elektronen von hier unten da hinein, beziehungsweise wir können Elektronen von hier hier raus vertreiben. und dazu, das, wir müssen die hier durch diesen, durch den Isolator durchtunneln, entweder in der Richtung raus oder in der Richtung rein. Das ist dieser Fowler-Nordheim-Tunnel-Effekt. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Beim E-Prom, Erasable-Prom, da muss man das mit UV-Licht machen. Da legt man also, da ist oben so ein Stück Glas in dem Chip drin, der ist nicht zu, sondern es ist ein Stück Glas, und unter dem Glas sind all diese Flotting-Gate-Transistoren. Und jetzt schaltet man UV-Licht ein, lässt das Ding da 20 Minuten Sonnenbräunen unter dem UV-Licht oder UV-Lichtbräunen. Sonne tut es übrigens auch, selbst getestet, da komme ich gleich noch dazu. Und dann werden die mit diesem Tunnel-Effekt gelöscht. Gelöscht heißt, es sind dann überall Nullen drin, so. Die Tunneln hier oben rein, durch diese Schicht durch. Selbst getestet, ich hatte mal einen Computer, oder nee, ich glaube es war mein Kollege, der Uli. Der hat einen Computer, und in dem Computer drin war so ein E-Prom. Da war der Bootstrap-Log da drauf. Und hinten hatte der Computer eine Lüftungsschlitze. Damit diese Promps nicht gelöscht werden, klebt man da eigentlich so ein Stück Silberfolie oder sowas drüber, Silberpapier, was reflektiert. Also hinten im Computer war das Raum, dahinter waren die Schlitze, dahinter war das Fenster, und da draußen war die Sonne. Über das Jahr oder so ähnlich ist dieses draufgeklebte, Stückchen Silberfolie, der Klebstoff, naja, durch die intensive Sonnenbestrahlung, die Hitze im Computer, ist der Klebstoff alt geworden, das Stückchen Silberfolie ist so runtergefallen, und dann hat die Sonne durch die Lüftungsschlitze auf das Fenster geguckt und das Raum gelöscht. und nach einem zweiten Jahr ist der Computer nicht mehr hochgefahren. Aber, ja, wir hatten dann einen Promprogrammierer an der Hand, haben wir das E-Prom komplett gelöscht, von einem anderen Computer denselben Chip ausgebaut, neu geladen, reingesteckt, ging wieder und gut zugeklebt natürlich. Ich habe es nicht nur mit absichtlich löschen erlebt, sondern einmal ist das auch unabsichtlich gelöscht worden. Die E-Proms, da kann man diese Floating Gate Transistoren elektrisch löschen. Elektrisch löschen sieht so aus, beziehungsweise programmieren, einzeln, programmieren und setzen. Indem man, wenn man hier 13 Volt anlegt und das hier erdet, also auf Ground legt, dann werden die, hier die positive Spannung, dann werden diese Elektronen hier rausgesaugt, hier hineingesaugt. Wenn man hier 13 Volt anlegt und hier 13 Volt anlegt, dann fließen hier wieder Elektronen und die positiven 13 Volt, diese Programmierspannung, zum Beispiel bei denen jetzt hier so EE-Proms, die sorgen dann dafür, dass die Elektronen hier reintunneln, nach oben, durch diesen Isolator durch, beziehungsweise hier, wenn man hier das auf Ground legt, dann gehen die hier raus und werden ins Substrat gesaugt. Ja, man muss es nicht unbedingt mit 13 Volt machen, man kann es auch mit weniger Spannung haben, dann muss eigentlich auch die Lesespannung hier nicht 5 Volt sein, sondern auch niedriger. Klar, die Lesespannung muss deutlich niedriger sein als das hier. Also vielleicht 1 Volt oder 5 Volt, da muss man die Schichten hier ein bisschen dünner machen. Beim EE-Prom, da kann man gezielt einzelne Zellen so löschen beziehungsweise programmieren. Beim Flash Memory ist das so bankweise angeordnet, da gibt es solche Pages, die man auf einmal löscht. Programmieren geht relativ einfach und relativ schnell, also von einem Zustand in den anderen bringen, aber rückwärts, also das hier, aber rückwärts, das geht nicht so schnell und es geht auch nicht beliebig häufig. Sie können sich vorstellen, wenn wir die hier ständig hier durch diese Schicht durchprügeln mit der deutlich überhöhten Spannung, dann entstehen da in dieser Schicht irgendwann auch kleine Risse, durch die die Elektronen dann auch so spontan durchkommen. Es ist auch durchaus so, dass dieses Flash Memory, wenn die also hier oben drin sitzen, die Elektronen da schon auch mal spontan wegtunneln können. wenn sie hier ein paar Hundert oder ein paar Tausend da drin sitzen haben, naja, wenn sie das Ding einfach ein paar Jahre rumliegen lassen, dann kann es schon sein, dass da so wenig, dass die mal doch eben mal eins da durchtunnelt, auch im unbenutzten Zustand oder mal eins woanders hierhin verschwindet, die verschwinden nicht, sondern die gehen einfach in einen anderen Bereich, Entropie und so weiter, dass die irgendwann auch nicht mehr zuverlässig auslösbar sind. Also diese Flash-Speicher, solche Flash-Karten von der Digitalkamera sind vielleicht nicht geeignet, ihre Fotos über mehr als fünf Jahre aufzuheben oder mehr als zehn Jahre aufzuheben. Die Hersteller versprechen einem so drei bis fünf Jahre, wenn man das einfach so liegen lässt. Kann schon auch sein, dass es zehn bis 15 hält, aber vielleicht sollten sie nicht die Fotos von ihrer Jugend für ihre Enkel darauf aufheben, auf dem Flash. Oder hoffen, dass ihre SSD für immer archiviert ist. Das ist wahrscheinlich so eine gute Idee. Als nächstes noch ein kurzer Einschub über das Interface vom Prozessor zum Speicher, der Bus, den es da gibt. Bei DDR-Speicher und DDR2-Speicher haben wir zum Beispiel 64 Bit pro Modul, also so Speichermodul, das wir da reinstecken können. Wenn wir in unserem Computer zwei Kanäle haben, zwei RAM-Kanäle, können wir zwei solche Riegel vernünftig reinschieben, beziehungsweise dann parallel zweimal zwei und da haben wir dann zwei solche Verbindungen vom Prozessor zum Speicher A64-Bits. Daten, Adress-Bits brauchen wir eigentlich nicht so viele, wenn wir 40 Adress-Bits rausgeführt haben, dann reicht das ja in einem 64-Bit-System für irgendwie einen Terabyte RAM oder so ähnlich oder acht Terabyte RAM. so viel braucht man da gar nicht rauszuführen eigentlich. Also Adress-Bits müssen wir einfach nur nach der Kapazität, die wir benötigen, rausziehen, auf diesen Bus haben, zwischen Speicher und CPU. Die Gesamt, wenn wir zum Beispiel hier DDR2-Speicher anschauen und den so ungefähr zwischen 100 und 300 MHz Takt betreiben, der Speicher selber kann mit 300 MHz betrieben werden, dann brauchen wir, nehmen wir mal das hier, für eine Transaktion mit RAS und CAS und Precharge insgesamt zwölf von diesen Takten. DDR2 bedeutet aber auch, dass wir dann mit 600, wenn man 300er Baustein haben oder 400er haben, mit dem dann, also Double Data Rate heißt bei jeder Taktflanke, bei 200 MHz würden wir also pro Takt zwei Worte übertragen können, hier pro Takt vier Worte und hier pro Takt, das sind dann glaube ich acht Worte oder so ähnlich, vom Speicher übertragen können, aber das heißt nicht lesen aus dem Speicher, das heißt nur übertragen, also das, was wir in einer Zeile haben, können wir dann schneller übertragen und diese interessanten Zahlen hier, die sagen Ihnen aus, wie viel von diesen Takten wir brauchen, um aus dem Speicher das erste Wort zu bekommen, das nächste, das zweite, das dritte, das vierte, das geht dann viel schneller, aber das erste ist kritisch. Und da brauchen wir nämlich zum Beispiel hier 15 Zyklen. Kommt auch auf den Baustein an und so weiter, aber bei der Auswahl kaufen Sie nach diesen Zahlen und wenn die Zahlen niedriger sind, dann kann man ein bisschen schneller auf den Speicher zugreifen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie so eine CPU zugreift. Zunächst mal, wir sprechen gleich drüber, über Caches, zunächst mal schaut, wir haben eine Adresse und von der soll ein Wort gelesen werden. Die Hardware guckt nach, ob diese Adresse, ob das Wort zu dieser Adresse vielleicht schon im Cache drin liegt. Das ist immer dann der Fall, wenn wir es vorher schon mal benutzt haben, dieses Wort mit dieser Adresse. In so einem Cache, so Cache Lines, da stecken pro Zeile 128 bis 256 Bit drin, also vier oder acht Worte, je nachdem, wie breit das strukturiert ist. Wenn man ein 64 Bit System hat, dann vier Worte, eine Line, vielleicht ist die auch mal 512 Bit lang, so eine Cache Line. Die Länge von so einer Cache Line, die passt übrigens gut zu dem hier. Ich habe ja gesagt, wir können, wenn wir ein Wort gelesen haben aus dem Speicher, ganz billig an das nächste, uns übernächste, uns überübernächste Wort drankommen. Und wenn wir an die vielen, also insgesamt an vier Worte kommen, dann passt das gerade in so eine Cache Line rein. Und die werden auch schnell transportiert, nämlich mit einem Vielfachen von dieser Geschwindigkeit. DDR2, DDR3, DDR5, guckt man vom Internet nach, mit welcher Geschwindigkeit das dann geht. Also so ein Speicherzugriff transportiert eine ganze Zeile. Wir generieren die Adresse und dann kommt aus dem Speicher Daten, 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 Daten. Und das füllt diese eine Zeile in Cache. Beim P6-Bus, das ist so ein Core-Prozessor mit 64-Bit-Architektur, da gibt es dann den Read-Request und das Memory Reply, dann kommt das zurück. Ein Mitarbeiter hat was und Test gemacht, der hat sequenziell 75-Mega-Speichertransaktionen pro Sekunde geschafft, das heißt im Mittel hat der Speicher, der hier so DDR2-mäßig zurückgeliefert oder DDR-mäßig, das weiß ich nicht mehr genau, 11 CPU-Takte gebraucht. Das heißt aber auch, weil wir ja immer ganze Cashlines laden und die Sachen dann schon im Cash liegen, den ersten holen, das dauert ein bisschen länger und dann die anderen, die kommen direkt aus dem Cash, also kriegt man die mit nur einem Takt und das erste braucht dann in der Größenordnung von 40 Takten. Das war glaube ich auf einem Opt-Roll-System. die Systemarchitektur, wir haben die CPU mit ihrem Cache, der hat dann etwas, was man Frontside-Bus nennt, das ist nicht unbedingt standardisiert, das ist auch ungefähr dasselbe, was da unten auf den Pins aus dem Prozessor rauskommt, wenn Sie mal so einen Prozessor nehmen und umdrehen, vielleicht haben Sie mal einen eingebaut in den PC oder einfach ein Bild gesehen. Dann haben wir also hier die CPU, die sind sogar Frontside-Bus und dann etwas, was man eine Northbridge nennt, hier zum Beispiel dann noch ein Bus zur Grafikkarte, Advanced Graphics Point und hier der Speicher als Riegel reingesteckt. Die Hauptkommunikation, während ihr Programm läuft, geht hier zwischen dem Speicher und der CPU über diese Northbridge und in der Southbridge, da steckt dann der Erweiterungsbus drin und hier noch, was man sonst noch so braucht, das Ethernet, ein IDE-Interface für die Festplatten, die älteren und den USB-Bus und das Audio und so weiter. Das steckt hier in einem weiteren Chip drin. Heutzutage ist es im Wesentlichen so organisiert, so ein PC, den Sie nach da drüben kaufen oder beim Versender kaufen oder in Ihren Naptops drin, da haben wir also die CPU, wieder so ein Frontside-Bus, das ist nicht schnell und visiert, das unterscheidet sich auch vom Prozessor Generation zu Prozessor Generation bei einem Hersteller, manchmal nicht, manchmal schon, das sind diese Sachen wie AM2, AM3, FM oder LGA 11 irgendwas und 20 11 und wie die Teile alle heißen. Dann hat es hier im Chipset ein oder zwei weitere Chips, den sogenannten Root Complex, das ist so eine Art Switch, der verteilt Speicherzugriffe hierhin ins RAM oder hier auf den PCI Express Bus, um an die Grafik schnell hinzukommen beziehungsweise hier PCI Express Endpoint, um alte Adapterkarten anzusprechen, die Sie vielleicht noch in Ihrem PC haben oder andere PCI Express Karten, die da auch noch drin stecken können, hier gibt es noch, gibt es noch mal einen weiteren Switch zu dem LAN hin, also Ethernet Interface, Festplatte, da hängen dann, ja, kann man weitere Festplatten anstecken, hier auch vielleicht, hier nochmal was anderes, hier kommt dann auch gerne noch ein SATA Bus raus, ein USB und nochmal Ethernet vielleicht, Audio, entweder hier dran oder auch hier dran. Das Wichtige, um das Rahmen anzuschließen, ist dieses Interface hier und das ist eben so wie wir das nach DDR, DDR2, 3, 5 und so weiter, so wie diskutiert eben. Jetzt muss ich noch was zu den Caches erzählen. Das Problem, das habe ich jetzt schon ziemlich häufig genannt, liegt in dieser MEM-Stufe von der Pipeline, von unserer DLX-Pipeline, aber natürlich bei jedem anderen Prozessor auch, bei der Architektur auch. Wenn man die Daten im Zyklus, in dem einen Zyklus schreiben kann oder lesen kann, dann ist es gut, sonst hat es stalls. Das DRAM ist aber ganz klar zu langsam, wenn wir so einen SD-RAM nehmen mit 100 Megahertz, das ist übrigens auch dann ein DDR-RAM mit 100 Megahertz. Der Kern vom RAM ist derselbe, bloß der Bus kann besser Börse transportieren. Wenn wir also so ein normales RAM nehmen, was auf 100 Megahertz läuft und bei einer entsprechenden Annahme, wie schnell der Prozessor ist, führt uns das gleich mal zu 50 stalls. Wenn der Prozessor ein 4 Gigahertz-Teil ist, dann gibt es vielleicht noch ein paar mehr Stalls. Da muss man vielleicht schnelleres RAM kaufen, dass man wieder in der Größenordnung von 50 Stalls ist. Aber so schnell wird es RAM nicht, außer es geht gewaltig ins Geld. Also so, wie die Balance heute ist in unseren Computern mit DDR3 in der Größenordnung von sagen wir mal 400 Megahertz oder so, da haben wir wenn wir ins RAM wirklich müssen um zu lesen gleich mal 50 Stalls in der Pipeline. Vielleicht können wir noch was anderes machen, irgendwelche anderen Instruktionen, Schedule, vielleicht haben wir noch eine Multiplikation oder eine Division wieder rumgeistert. Haben wir ja gesprochen, out of order execution. Aber tatsächlich müssen wir einfach immer mal warten. Und dieses Warterei auf dieses langsame DRAM, die kann uns nicht gefallen, insbesondere beim Zugriff auf den Programmcode kann es uns nicht gefallen. Wir wollen den Programmcode, wenn wir ihn aus dem Speicher holen, noch ein bisschen in der CPU drin aufheben. Schauen wir uns mal sowas an. Wir haben also hier eine CPU und da haben wir einen Kern und der hat bitte einen Level 1 Cache für die Instruktionen und nochmal einen Level 1 Cache für die Daten. Übrigens auch getrennt, sonst haben wir gleich wieder einen Resource-Konflikt zwischen MEM und Instruction Fetch. Darüber haben wir ja vor ein paar Wochen gesprochen. Also, zwei Caches hier für Daten und für Instruktionen. Dann haben wir also eine Instruktion holen und das Ding ist leer, der Cache und der Cache ist auch leer und der Cache ist auch leer. Dann müssen wir ins RAM. Im RAM holen wir, wenn so eine Line 256 Bit lang ist, acht Instruktionen auf einmal. Die stehen dann, wenn das aus dem RAM geholt wird, landet das hier und hier und insbesondere auch hier im Instruction Cache. Wenn wir also die Instruction Fetch die nächste Instruktion holen, dann liegt die schon hier und die übernächste auch und wir können uns freuen, dass da schon so viele geholt sind. Wir können übrigens auch hier spekulativ gleich noch die nächste Zeile holen, die weiteren Adressen holen. Können wir uns überlegen, ob wir so eine Instruction Prefetch machen, aber das ist dann nochmal was Separates. Also, wenn wir auf ein Stück Daten dann zugreifen, wenn da irgendein Load drin steht, dann wird wieder hier festgestellt, steht nicht im Cache. Das nennt man einen Cache Miss. Der Cache Miss führt dazu, dass wir mal hier nachgucken, im L2 Cache, sagen wir mal, der hat auch einen Miss, aber der L3 Cache hat einen Hit und liefert zurück, dann haben wir vielleicht statt 50 Stalls nur 10 oder 5 oder so. Wenn wir es hier haben, keinen Stall, wenn wir es hier finden, ein oder zwei Stalls, wenn wir es hier finden, drei, vier, fünf Stalls, wenn wir es nur hier finden, 50 Stalls. So die Größenordnungen, so eine Kaskade. Cache, also, ich glaube, es gibt einen deutschen Ausdruck, der heißt Prozessor-Puffer-Speicher. Damit wir jetzt hier in den nächsten 50 Minuten noch was über Caches erzählen können, sage ich nicht über Prozessor-Puffer-Speicher. Also es ist ein halbwegs schneller Speicher zwischen der Pipeline und dem RAM. Da steht drin, was wir schon mal benutzt haben. Weil wir schon mal bei der Instruktion vorbeigekommen sind, weil wir da schon mal ein Load gemacht haben auf diese Daten. In der Regel getrennt für Befehle. Beim ersten Lesen von irgendeiner Adresse, sei es Programm oder Daten, haben wir keine Beschleunigung. Da müssen wir aus dem RAM holen. Danach geben wir diesen Caches hier eine Adresse und der Cache sagt, hurra, ich hab's, das Datum, was du suchst, den Befehl, den du suchst oder sagt, nö, tut mir leid. Wenn es sagt, nö, tut mir leid, muss man in der nächsten Hierarchieebene suchen, in der nächsten Hierarchieebene und dann hier unten. Sie werden sich vielleicht fragen, ja, warum machen wir den ja nicht gleich groß genug? Das geht eben genau nicht. Erstens ist der teurer und schneller, wir können uns davon halt ökonomisch nur 8 oder 16 Megabyte leisten, vielleicht ist der, hiervon können wir uns mal 256 leisten oder Kilobyte oder sowas oder 512 Kilobyte und hier können wir uns ein paar Megabyte leisten. Also wenn wir eine Adresse gelesen haben, von der Adresse gelesen haben, dann ist der nächste Lesevorgang schneller. Aber wir müssen auch manchmal schreiben. Jetzt können wir zwei Strategien wählen, jedes Mal, wenn wir schreiben, hier drin, da, schreiben wir auch gleich hier im RAM, das ist die sichere Art, die unsichere Art ist, wir schreiben erstmal hier rein und schreiben vielleicht später das, was wir hier geschrieben haben, auch noch hier rein oder hier rein oder hier rein. Die Durchschreibungsstrategie der Write-Through bedeutet gleich speichern oder später speichern, wobei das später speichern durchaus ein paar Gefahren birgt, wenn wir nämlich hier und hier dieselbe Adresse benutzen. Also der hier schreibt hier in die Daten rein und der hier möchte die Daten lesen, weil die beiden die Threads, die hier drin laufen, kommunizieren wollen. Bräuchten wir eigentlich eine Durchschreibungsstrategie, aber dafür braucht man auch noch ein spezielles Konsistenzprotokoll hier und und und. Da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Wenn Sie dieses Konsistenzprotokoll interessiert, dann empfehle ich Ihnen meine Vorlesung Parallelrechner. Caches sind Blockstrukturiert, Cache Lines. Über die Lines habe ich eben schon ein bisschen was gesagt. Das hängt damit zusammen, dass wenn wir in dem Programm Instruktionen laden, dann liegt die nächste Instruktion eben typischerweise hinter der Instruktion, die wir gerade ausgeführt haben oder nicht weit weg. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass diese Branches, die Branchbefehle nur ein paar hundert Byte vor- oder zurückgehen, das kriegen wir auch noch in so ein Instruktions-Cache rein. Schreibzugriffe, sieben Prozent der DNX-Speicherzugriffe, 25 Prozent der datenorientierten Speicherzugriffe. Also Sie sehen, das meiste hier ist bei Instruktionen der Zugriff und insgesamt sind nur sieben Prozent der Speicheroperationen ein Schreibzugriff. Und dann gibt es hier den Write-Through, das ist leicht zu implementieren. Sobald geschrieben wird, wird das in die nächste Hierarchiestufe runtergeschrieben. Also wenn wir hier in die Daten was reinschreiben, sorgt der dafür, dass es gleich hierhin geschrieben wird und hierhin und hierhin. Das dauert immer noch und in der Zeit hängt in Anführungszeichen dieser Storybefehl. Es gibt vielleicht noch einen kleinen Puffer, dieser Block Write-Buffer, der dafür sorgt, dass der Write-Through etwas schneller funktioniert. Die Write-Back-Strategie, die nutzt zwei Dinge aus. Erstens, vielleicht wird das, was geschrieben werden soll, von niemandem anders gebraucht und zweitens, häufig kann es sein, dass es sowieso nicht gebraucht wird, was da geschrieben wird, dass es nur irgendwie eine Zwischenvariable oder sowas war. Also wir schreiben erst, wir schreiben, wenn wir schreiben, nur im Cache, die Modifikation wird nur im Cache durchgeführt und erst, wenn die Zeile aus dem Cache raus muss, weil wir den Platz brauchen, wird die ganze Zeile in den Speicher zurückgeschrieben. Das ist übrigens auch noch natürlich noch effizienter, wenn wir die ganze Zeile schreiben. Wir haben ja diesen Speicherbus mit zweifacher, vierfacher Datenrate und da kriegen wir dann das viel schneller drüber im Verhältnis, also sagen wir mal so, für eine Transaktion transportieren wir nützlichere Sachen, als wenn wir nur ein Wort zurückschreiben. Wenn wir modifizieren im Cache, müssen wir natürlich zu der Cache-Zeile vorne dran markieren, da drinnen ist jetzt eine Modifikation durchgeführt worden, sodass wir, wenn irgendjemand die Zeile ersetzen will, weil der Cache jetzt voll ist, wir kommen gleich drauf, in welchen Fällen man ersetzen will, da sieht man am Dirty Bit, dass die Zeile erst noch in Speicher zurückgeschrieben werden muss. Ist aber gar nicht so häufig, wie wir hier oben sehen. Dummerweise haben wir dann ein kleines Konsistenzproblem. Das, was im Cache steht, ist nicht das, was im Hauptspeicher steht. Das wird erst später, wird der Hauptspeicher Update durchgeführt. Das kann in solchen Multiprozessor-Architekturen zu Schwierigkeiten führen und ja, ich habe auch schon mal ein paar Stunden an einem Programm debugged, genau aus diesem Grund. Und ich habe erst nach ein paar Stunden gemerkt, was los war. Also, das kann schon mal passieren, wenn man mehrere Prozessoren hat und die haben kein sauberes Konsistenzmodell. Der Sonderfall, dass wir schreiben und das, was wir da beschreiben wollen, nicht im Cache liegt, das gibt es auch, dann macht man einen sogenannten Write Allocate, erst die Zeile in den Cache laden und modifizieren. Man kann auch No Write Allocate machen, dann wird nur im Speicher geändert, das aber nicht in den Cache geholt. Der häufige Fall ist aber natürlich, dass wir erst lesen und dann schreiben, weil wir meistens so ein Update auf eine Variable machen und nur in seltenen Fällen nur schreiben auf die Variable. Write Only Variable sind ja auch nicht so richtig interessant. Der Cache Zugriff, den kann man auf verschiedene Weisen organisieren. Auf jeden Fall haben wir zuerst mal eine Adresse, die effektive Adresse, von der wir jetzt lesen wollen, so wie es eben in so einer Load Instruktion drin steht. Und die Adresse für die Zwecke unseres Caches besteht ja aus mehreren Teilen. Die hintersten paar Bit, ich habe ja gesagt, in einer Zeile stehen vier oder acht Worte drin, mein Finger auf 16. Gar nicht so wichtig, wie viele, aber ein paar. Das heißt, die hintersten Bits von so einer Adresse, das ist die Adresse in der Zeile und deshalb habe ich hier diesen Pfeil dahin gemalt. Dann kommen ein paar Bits, die identifizieren die Zeile. Also hier hinten steht zum Beispiel eine 3, dann treffen wir hier hin, hier steht eine 14, wenn das hier 8-Bit sind, steht manchmal eine 64, wenn das hier 8-Bit sind, haben wir 256 solche Zeilen. Mit 8-Bit können wir 256 Werte haben, haben wir 256 solche Zeilen und hier natürlich auch 256 solche Zeilen. Hier habe ich nur 8 hingemalt, dann wären das hier nur 3-Bit, aber das ist ein bisschen kleiner Cache. Also nehmen wir mal an, der ist ein bisschen größer der Cache, dann haben wir hier ein paar Bit. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich viele Adressen gibt, die hier hinten denselben rosafarbenen Bit-Kombination haben. Und wenn das hier 8-Bit sind und das hier 2-Bit sind, dann sind das hier nach, wenn das hier 32-Bit sind, 2 hoch 22 Adressen, die hier hinten dieselbe Kombination haben. Wir müssen uns also in diesen Tag-Ram, diese vorderen 22-Bit-Märkten. Hier steht also drin, ich bin, wenn das hier der Gesamtspeicher ist und mein Cache, der hat ja nur hier so viel, dann heißt das, dass diese Zeile jetzt ein Auszug von hier ist. Und diese Zeile kann der Auszug von hier sein. Und diese hier von hier. und die Adresse, die besteht eben hier hinten aus ein paar Bits und das hier ist fraglich, was und deshalb müssen wir uns den vorderen Teil hier in diesem Tag-Ram pro Zeile vom Cache merken. Und hier wird verglichen, ob der vordere Teil der Adresse auch der vordere Teil der Adresse von dieser Line hier hinten ist. Das nennt man den Direct Mapped Cache. Und bei jedem Zugriff schauen wir hier hinten nach, die Adresse, hier mit der Zeile, vergleichen die vordere Adresse hier mit der Zeile. Wenn das übereinstimmt, freuen wir uns, dass wir einen Cache-Treffer haben. Wenn es nicht übereinstimmt, dann müssen wir eben in die nächste Cache-Stufe beziehungsweise ins RAM. Das ist der Direct Map Cache und eigentlich gefällt uns das nicht, denn das bedeutet ja auch, dass wenn wir auf zwei Variablen zugreifen, die gerade um, sagen wir mal, 1000 Byte auseinander liegen bei unserem Beispiel, dass wir dann immer die ganze Zeile auswechseln müssten, wenn wir da so abwechselnd zugreifen. Das ist ein Konflikt, ein struktureller Konflikt, den wir da eingebaut haben. Jetzt kann man auf die Idee kommen, diese Adressen hier nur, diese Adresse hier beliebig zu machen. Das heißt, wir haben nur einen Zeiger hier hinten rein und hier vorne drin die Adresse, die vergleichen wir mit dem, was hier steht. Weil wir hier trotzdem nur 256 oder 1000 Zeilen drin haben können, wegen der Größe. müssen wir hier dann beim Zugriff alle Tags hier mit dem vorderen Teil der Adresse vergleichen. Das Dumme ist, dass so ein Assoziativspeicher nicht einfach zu implementieren ist. Was wir nicht haben wollen, ist, mit der ersten Zeile vergleichen, mit der zweiten, mit der dritten, mit der vierten, mit der fünften Zeile vergleichen. Das wäre ja sequentiell und würde ganz schön lang dauern. Bei 256 Zeilen müssten wir 256 Vergleiche hinterher machen, hintereinander machen, das bringt es jetzt irgendwie nicht so sehr. Das kann man mit ordentlichem Hardwareaufwand kompensieren, Assoziativspeicher. Aber, ja, das kann man sich nur eingeschränkt leisten. Deshalb macht man meistens so eine Kombination, Wegassoziativ. Wir haben eigentlich so einen Direct Map Speicher, also diese Zeiger hier, die gucken hier immer in dieselbe Zeile und das, was hier liegt und das, was hier liegt und das, was hier liegt und das, was hier liegt, wird mit dieser Adresse verglichen. Das können wir dann auch mit etwas Hardwareaufwand noch schnell hinkriegen. N Wege, dann haben wir so N solche Cashlines in einem Set drin. N Wege, SetAssociative nennt man das. Dann hat man dieses Problem nicht, dass man, wenn der Speicher gerade dumm auseinander liegt, dass man dann immer die Caches auswechseln muss, die Cache Lines. Naja, das reduziert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man auswechseln muss, um hier die entsprechenden Größen um. Das ist das, was man heutzutage so benutzt und das ist das, was wir zum Erklären brauchen, warum man das so macht und das hier ist uns zu teuer. Wäre aber schön. Also, so macht man es heutzutage. die Zugriffsstruktur ist also, wir haben hier eine Blockadresse, Zeilenadresse für den Cache. Hier hinten den Offset, das ist nur das da, wo man eben in die Cache Line reingreift. Und das hier besteht aus einem Index und einem Tag, so wie eben auf der Folie vorher diskutiert. Der Block Offset, der führt uns zum Datenwort, nachdem wir die richtige Zeile, die richtige Cache Line gefunden haben. Was wir außerdem noch brauchen, ist dieses Valid Bit. Ob ein Eintrag vorhanden ist oder nicht. Den Tag vergleich parallel, das macht man mit einem WiredXOR. Da muss man dann jedes Bit von jedem Tag mit so einem XOR vergleichen, mit der Adresse, auf die man testen will, das, beziehungsweise das. Das kann man sich hier bei Vieren oder Achten leisten, das kann man sich bei 1000 Einträgen nur noch unter großem Aufwand leisten. So ein WiredXOR. Falls wir eine neue Cache Line holen müssen und unser Cache ist voll, dann müssen wir in einem Speicherbus Burst die ganze Zeile rausschreiben. Wir müssen uns, ja, falls das Dirty Bit gesetzt ist, das ist noch so ein zweites Bit hier oben. Wir müssen uns natürlich überlegen, welche Cache Line wir auswechseln. Wir haben jetzt also festgestellt, wir brauchen, wir müssen den Speicher zugreifen und Speicher Zugriff, wir haben einen Cash Miss, alle Cash Lines sind voll, wir wollen jetzt eine Cash Line ersetzen, weil wir ja glauben, dass jetzt das, das alte, naja, eine von den Cash Lines, die werden wir schon nicht mehr brauchen, das ist die Spekulation. Und diese eine Cash Line, die ersetzen wir jetzt durch was anderes. Das, was wir aus dem Speicher holen. Jetzt müssen wir uns die richtige Cash Line zum Ersetzen aussuchen und da gibt es so eine Austauschstrategie, das kann entweder Zufall sein, das Ergebnis ist gar nicht so schlecht, oder wir haben so eine Art Zugriffsstatistik oder Zugriffsgeschichte und wir markieren und wir markieren uns, welches ist denn das least recently used Line, also die Line im Cash, auf die wir schon lange nicht mehr zugegriffen haben. Wir müssen also bei jedem Cash Hit irgendwie so aufschreiben, wen wir denn getroffen haben und das, was wir schon lange nicht mehr getroffen haben, brauchen wir offensichtlich nicht mehr und das wechseln wir dann aus, hier die Blockaustauschstrategie. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt guckt man sich das Ergebnis an und da kann man natürlich auch simulieren, man kann ein typisches Programm mal laufen lassen und schauen, wie häufig gibt es ein Cache Miss und ein Cache Hit, das macht man nicht auf dem Prozessor so wie er ist, sondern da muss man jetzt einen Simulator schreiben, der diesen Cache simuliert und dann führen wir das mal aus. Es gibt drei Ursachen für Cache Misses. Den unvermeidlichen, den nennt man Compulsory, den habe ich hier unten so rot markiert, das ist eigentlich der uninteressante. Compulsory bedeutet, ja wir haben das Datenwort noch nicht angefasst, wir haben die Instruktion noch nicht gebraucht, also wird sie schon auch nicht im Cache liegen, kann sie ja gar nicht im Cache liegen. Also das ist, das rechnen wir mal raus, aber das ist ja das ist ja Programm inhärent, da kann man nichts dran tun. Dann gibt es das größenbedingte, unser Cache hat eine bestimmte Größe und wenn wir unser Programm so schreiben, dass es einfach immer nur durch den Speicher durchgeht, durch möglichst große Speicherbereiche, überall da, wo wir noch nicht waren, na dann kann das Zeug eben auch nicht im Cache liegen. Aber jedes Programm hat natürlich irgendwelche, produziert früher oder später nicht jedes, aber viele Programme produzieren früher oder später so ein Capacity-Problem. Aber das ist ja auch angesichts der Größe unvermeidlich, man kann sich aber überlegen, wie viel Cache ist denn sinnvoll? Und bei den Simulationen kommen da auch vernünftige Zahlen raus, es stellt sich raus, dass man keine Gigabyte großen Caches braucht. Das bringt es eigentlich nicht mehr. Und dann gibt es die Konfliktbedingten. Konflikt bedeutet, dass das Speicherzugriffsmuster, hier ist es leicht zu erklären, gerade so ist, dass wir mit verschiedenen Daten auf diese Cache-Line treffen, weil sich eben diese Adressen unterscheiden. Oder hier in diesem Fall bei Vierweg-Assoziativ, unser Zugriffsmuster ist gerade so, dass wir das irgendwie da so zyklisch durchgehen und achtmal dieser Adressteil gleich ist und dann muss hier eben entsprechend immer wieder rausgeworfen werden. Wenn er nur Vierweg-Assoziativ ist. Und jetzt schauen wir uns diese Zeichnung an. Beim Einweg Direct Map Cache, das ist denn die primitivste Variante diese hier, da kommt dann diese Kurve raus, die Miss Rate, 0,14, hier bei der Größe, hier 64 Kilobyte, da haben wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 1% oder so ähnlich. Wenn der 64 Kilobyte groß ist und wir einen Einweg-Assoziativen Cache haben. Wenn er nur 4 Kilobyte groß ist, hätten wir dann hier in der Größenordnung von 8% oder so ähnlich. Hier habe ich den 1-Weg, den 2-Weg, den 4-Weg und den 8-Weg. Und Sie sehen, der 8-Weg, der ist ganz nahe an diesem hier, an dem Capacity, wenn wir voll assoziativ sind. Also 8-Weg assoziativ reicht eigentlich gut, kommt hier raus und Sie sehen auch, dass wir die Miss-Rate nahe an das Compulsory reinbringen, in der Größenordnung von 32, 64 Kilobyte. Das ist also durchaus eine vernünftige Größe für das, was wir hier haben. Wenn die Blöcke größer werden, also in der Zeile länger sind, die Cache-Lines länger sind, braucht es länger, bis wir den Cache nachgeladen haben. Das passt aber gut zu der Art von Speicher, die wir haben, DDR2, DDR3 und so weiter. Die Länge von den Cache-Lines. Weil ja, dann eben beim DDR3 in den Börsen so viele Worte rüberkommen. Bei der Assoziativität, das schauen wir uns hier an, eigentlich ist Achtweg Assoziativ nur noch marginal schlechter als voll Assoziativ. Was gerne hilft, ist etwas, das man Opfer-Cache nennt. Dass man nochmal eine extra Cache-Line hat oder meinetwegen auch vier extra Cache-Lines hat zu den normalen Cache-Lines dazu, in die das, was hier bei so einem Konflikt bei dem Direct Map oder bei dem Wegassoziativ-Mapping, was da rausfliegt, was dann da hineinkommt. Dieser Opfer-Cache, der bringt erstaunlich viel, kann man auch in der Literatur nachlesen. Den muss man dann eigentlich assoziativ auch adressieren. Ja, hier noch ein Prefetch bei einem Miss ist eigentlich eine gute Idee. Wenn der Block I geholt wird, kann man sich überlegen, ach, holen wir den Block I plus eins gleich auch noch. Das kann der Prozessor selber generieren, insbesondere beim Programmladen ist das gut, weil wir ja auch häufig sequentiell durchs Programm durchgehen. Prefetch-Anweisung vom Compiler, wenn man die Architektur kennt, kann man auch die Cache-Logik um so einen Prefetch bitten. Und wenn der Compiler, der hat ja vielleicht die Chance, der sieht ja besser, was ihre Schleifen machen, der kann schon mal auch für einen Prefetch sorgen. Was Compiler auch versuchen ist, Arrays zu mischen, sodass sie nicht in der Reihenfolge drinstehen, wie ihr Programm dazugreift, Entschuldigung, nicht in der Reihenfolge drinstehen, wie sie es deklariert haben, sondern wie ihr Programm zugreift. Das kann ja sein, dass ihr Programm spaltenweise zugreift und nicht zeilenweise oder sowas. Dann ändert der Compiler schon mal auch die Reihenfolge, wie das im Speicher steht. Jetzt möchte ich noch in einem weiteren kurzen Kapitel über Virtual Memory sprechen. Virtueller Speicher. Unsere Computer, die haben einen Adressraum, 32-Bit, 64-Bit. Und wenn man heutzutage einen halbwegs brauchbaren, halbwegs schönen Prozessor kauft oder Computer kauft, Laptop oder auch Desktop-Computer, dann haben die eine 64-Bit-Architektur. Und die könnten auch 64-Bit adressieren. Mit 64-Bit kann man 2 hoch 64-Bytes adressieren. Das sind wie viel? 4 Milliarden Bytes mal 4 Milliarden Bytes. 4 Milliarden Bytes mal 4 Milliarden Entschuldigung. Bei dem Quadrat hat es ja nicht. Das ist naja, wie viel? 16 Milliarden Gigabyte ist jetzt ein bisschen viel. Können wir uns nicht kaufen, können wir uns nicht leisten. Aber vielleicht, aber unsere Programme können es trotzdem adressieren, diesen Bereich. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht man mit sowas um? Oder wie geht man in so einem Tablet oder in einem Mobiltelefon damit um, in einem Smartphone, wenn der 32-Bit-Adressen verwendet, aber nur 512 Megabyte eingebaut hat, aus Kosten von und die Antwort ist das Virtual Memory. Konzeptuell wollen Programme den ganzen Adressraum benutzen. Früher hat man sich da, wenn die Programme zu viel benutzt haben, geholfen mit sogenannten Overlays, die man dann selber nachladen musste und dann, wenn man raus musste aus dem Speicherplatz, dann gab es da irgendwie so ein, ja, konnte man dann die Hälfte vom Speicher durch anderen Speicher von der Festplatte ersetzen solche in Anführungszeichen Lösungen. Das hat aber dem Programmierer viel Arbeit gemacht. Und eine zweite Sache ist diese Ladepunkt Abhängigkeit. Wir haben auch schon über das Reduzieren von Code kurz gesprochen beim Laden, dass man auf manche Adressen noch was drauf addieren muss, je nachdem wo das Programm hingeladen wird. Das ist noch so ein weiteres Problem. Das dritte Problem ist das Multitasking. Wenn mehrere Prozesse gleichzeitig laufen, gleichzeitig in Anführungszeichen, es wird natürlich immer zwischen denen hin und her geschaltet, mal 10.000 Instruktionen von dem, dann 10.000 Instruktionen von dem, dann 20.000 Instruktionen von dem, dann würde er das komplette rein rauslagern zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Jeder hat einen Adressraum von 4 Gigabyte und wenn wir jetzt vom Word auf Excel umschalten oder in Webbrowser umschalten, wollen wir nicht, dass 4 Gigabyte auf die Festplatte rausgeschrieben wird und der andere Adressraum reingeholt wird. Und was wir auch nicht wollen ist, dass die alle in einem Adressraum existieren und dann würde ja, wenn ein Programm abstürzt, alle anderen auch mit abstürzen. So war es übrigens früher, kann man sich kaum noch vorstellen. Wenn ein Programm abstürzt, sind die anderen auch alle gleich hin. Also Webbrowser stürzt ab und die Tabellenkalkulation oder ihr Textprogramm, in dem sie jetzt gerade eine halbe Stunde lang gearbeitet haben, wird gleich mit dahin gerafft. Das ist auch unschön, das verschärft erstens das Größenproblem des Multitasking und zweitens Schutz vor anderen Prozessen. Also dass sie sich nicht gegenseitig in den Adressraum reinschieben können. Das ist die Hoffnung, die wir haben vom virtuellen Speicher. Wie machen wir das? Wir spiegeln unserem Prozess den Programm vor, dass er den ganzen 32-Bit oder den ganzen 64-Bit Adressraum hat. Als ob das ihm allein gehört. Aber diese virtuellen Adressen, diese logischen Adressen, die werden und wenn sie mit Adressen rechnen, rechnen sie immer mit diesen logischen Adressen, den virtuellen Adressen. Und dann gibt es noch ein Stück Hardware, das übersetzt die virtuelle Adresse in eine physische Adresse im Rahmen. Also das ist die Adresse, die wirklich dann so ein paar Bits im Speicher anspricht, meint. Und das macht eine sogenannte Memory Management Unit, über die wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Der physische Speicher in der Regel beschränkt und auf jeden Fall nicht für jeden Prozess komplett vorhanden. Also wir haben 20 Prozesse am Laufen und das kann nicht für jeden dieser volle Adressraum vorliegen. Und deshalb wird ein Teil auf die Festplatte ausgelagert, auf diesen Hintergrundspeicher ausgelagert. Das kann eine Festplatte sein, keine SSD sein. Kann aber auch zum Beispiel über das Netzwerk woanders hin sein, wenn Sie gar keine Festplatte im Computer haben. Oder es kann hier Flash sein. Die wichtigsten Begriffe am Virtual Memory kommen jetzt hier. Das Seitenkachel Konzept. Den virtuellen Speicher teilen wir ein in Seiten. Jede Seite hat eine bestimmte gleiche Größe, zum Beispiel 4096 Byte. Das ist eine typische Größe. 4 Kilo Byte. Und der physische Speicher der ist genauso unterteilt. Das ist das RAM, was wir wirklich gekauft haben. genauso unterteilt in 4 Kilobyte große Pages. Kachel. Seite ist das im virtuellen Speicher, Kachel ist das im physischen Speicher. Und jetzt müssen wir von der Seite auf die Kachel ablesen. Das machen wir gleich. Diese Verbindungstabelle, die wir dann brauchen, der Prozessor arbeitet ja mit in ihren Registern. Die Adressen, die wir im Programm generieren, die beinhalten Seitenadressen, im Rahmen liegen aber Kacheladressen, also das, was dann auf dem Prozessorbus rauskommt, ist eine Kacheladresse und eine Adresse in der Kachel. Und dazu brauchen wir so eine Übersetzungstabelle, eine Abbildung von Seite auf Kachel. Das macht die MMU, Memory Management Unit. Virtuelle Adresse rein, physische Adresse raus. Jetzt kann es aber passieren, dass diese Seite, die wir hier in unserer virtuellen Adresse ansprechen, dass die physisch gar nicht vorhanden ist, dass die gar nicht im Rahmen liegt, weil es ja konzeptuell viel, viel mehr Seiten gibt, als gespeichert auf der Festplatte und jetzt gibt es den Page Fault. Wenn also die Seite nicht im Rahmen ist, nicht in einer Kachel residiert, dann gibt es ein Page Fault. Der Page Fault, das passiert uns als Interrupt, dann kommt etwas dran, das nennt man den Page Handler und der führt das Paging durch. Das Betriebssystem nimmt dann eine freie Kachel, eine Kachel sucht sich entweder eine freie aus, dann braucht man nicht viel zu machen oder sucht sich eine belegte Kachel aus, wenn alle belegt sind, nimmt diese Kachel und schreibt sie auf die Festplatte und sucht sich die Seite, die man braucht von der Festplatte und lädt die in die freigewordene Kachel hinein. Da wird dann die benötigte Seite in eine freigewordene Kachel eingetragen und da muss man noch diese Abbildungstabelle auswechseln. Das ist so ein bisschen beim Caching eben. Die Auslagerungsstrategie zum Beispiel least recently used, also die Kachel auf die wir schon lange nicht mehr zugegriffen haben, die wird jetzt entsetzt mit einem anderen Inhalt, natürlich muss das Alter ausgeschrieben werden. Und jetzt habe ich hier eine Zeichnung, die habe ich vor ganz vielen Jahren mal gemacht, deshalb schaut ihr auch für heutige Verhältnisse so hässlich aus. Also eigentlich hat die mal ein Freund von mir gemacht, der Peter Schultes und ich habe es dann aber abgezeichnet und auch in der Vorlesung benutzt und ich benutze sie immer noch. Eine Reminiszenz, wenn sie so wollen. Das, was klar wird, das Konzept, was klar werden soll, würde aber auch, wenn ich hier irgendwelche bunten Farben drin hätte, statt diesen Mustern dasselbe sein. Deshalb lassen wir mal das Muster. Die Festplatte, naja, das Symbol für eine Festplatte da oben, so eine blattgeklopfte Dose, das kennen wir ja schon. Hier ist dieser Adress Übersetzungsmechanismus. Das ist das RAM, viel weniger als der virtuelle Speicher. Das ist die erste Version, einfacher virtueller Speicher. Da haben wir einen logischen Adressrahmen mit 12345, nicht gerade die Informatikertzahl, 1234567910 mit 50 Seiten. Und wenn ein Teil davon ist belegt, hier unten das ist Systemspeicher, hier liegt das erste Programm rum und hier liegt das zweite Programm rum. Das erste Programm ist horizontal straffiert, das zweite Programm ist vertikal straffiert und das System ist so kariert. Aber natürlich wird nicht all das hiervon benutzt und nicht all das hiervon und nicht all das hiervon benutzt. Was benutzt worden ist, das sehen wir hier irgendwie von dem Programm 1 ist das, das, das und das. Also insgesamt sind da vier von dessen Seiten hier im physikalischen Speicher im Adressraum. Das hier sind 15 Kacheln, das waren 50 Seiten. Hier unten vom System haben wir diese drei Seiten in irgendwelchen Kacheln drin und vom Programm 2 haben wir 1, 2, 3, auch 4 und dann haben wir noch 4 freie Kacheln. Wenn jetzt also das System meint, ich brauche jetzt, naja, das Betriebssystem generiert irgendwie eine Adresse, eine Instruktion da drin, generiert eine Adresse und zwar das hier, dann schaut die Adressübersetzungstabelle hier nach und sagt, okay, das liegt hier in dieser Kachel. Dann wird das hier benutzt, das liegt in der Kachel und dann wird das hier benutzt und das liegt hier nirgendwo, das merkt die Adresse Übersetzung und dann muss sie vom Hintergrund Speicher sowas Kariertes holen und zum Beispiel hier hineinstecken. Nach dem Interrupt, nach dem Page Fault kann es dann benutzt werden. Das hier hilft bei dem Problem wenig Speicher im Verhältnis zum Adressraum. Das war Problem Nummer eins. Problem Nummer drei, das Multitasking, das packen wir jetzt an. Jedes Programm hat einen eigenen virtuellen Adressraum und die Memory Management Units sorgt dafür, dass sie sich nicht gegenseitig in den Adressraum reinschreiben. Hier also Programm zwei, der Adressraum, Programm eins und das System. ein Teil vom System Adressraum brauchen wir übrigens auch hier und auch hier. Das ist dann reingemerkt, damit der hier mit dem hier kommunizieren kann, wenn sie zum Beispiel einen Sektor auf die Festplatte schreiben wollen, unterholen wollen. Also dieser Adressraum hier, da sind also ein paar Seiten davon hier in Kacheln drin, die da, die da, die da und die da und hiervon ist was hier drin und davon ist auch was hier drin und hiervon natürlich auch. So, wenn wir jetzt also dieses Programm am Laufen haben, dann wenn das Betriebssystem sich einen von diesen drei Prozessen hier aussucht, zum Beispiel das Programm 2 zum Laufen bringen will, dann wird hier die Adressübersetzung umgeschaltet, so dass diese Seite hier abgebildet wird auf das da und so weiter. Wenn jetzt mal das Programm 1 drankommt, wird die Adressübersetzung wieder umgeschaltet und das hier wird dann auf das hier abgebildet oder das hier eigentlich die selbe Adresse wie hier dieselbe logische Adresse wird aber dann auf eine andere Kachel hier im physikalischen Adressraum abgebildet. So kriegt man Virtual Memory für viele Prozesse hin und wenn Sie in Ihrem Windows Rechner zum Beispiel diese DOS Kralle da benutzen dann kommt der Process Manager das haben Sie sicher schon mal gemacht und im Process Manager kann man sich dann anschauen wie denn das Memory benutzt wird da gibt es irgendein Tab da kann man Memory anschauen und da steht dann unten die verschiedenen Sorten von Memory dass das irgendwie so bunt markiert rot und blau und grün und sowas und wenn eine Seite hier benutzt ist dann heißt das Committed und da können Sie sehen wie viel von Ihrem Adressraum von Ihrem RAM den Sie haben 4 GB oder was benutzt ist und ja rot und irgendeine andere Farbe sind dann die die hier irgendwie festgeschraubt sind die gebraucht werden und dann gibt es noch ein bisschen was frei ist wenn Sie nur 2 GB drinstecken haben wird es im typischen PC nichts mehr geben was und dann und noch das Open Office war noch offen und da habe ich überhaupt keins guck mal da ist ja noch ein Gigabyte frei na gut manchmal kann es natürlich schon sein dass man ein bisschen mehr braucht aber muss man erstmal nachgucken was passiert ist wenn das wenn Ihr Computer langsam wird weil es zu wenig Speicher hat dann kommt das daher weil dann alle Seiten hier alle Kacheln hier benutzt sind und ständig irgendwelche Seiten hier ausgewechselt werden das merken Sie auch daran dass die Festplatte die ganze Zeit rasselt obwohl Sie keine Dateien anschauen keine Videos angucken sondern die Festplatte das Lämpchen geht die ganze Zeit an und aus dann hätten wir hier so ein hin und her austauschen das kann man übrigens auch da in diesem Memory Feld vom Process Manager sehen da schreibt er auch wie viel er gerade hin und her schreiben muss also von hier nach hier räumt und wieder zurückräumt was uns aber interessiert ist die Hardware Einrichtung für diese Abbildung also hier oben haben wir die virtuelle Adresse ich nehme jetzt einfach mal 32 Bit kann man auch für 64 Bit aufmalen egal so eine virtuelle Adresse besteht erstens aus der Seitenadresse das ist der obere Teil und zweitens aus dem Offset in der Adresse Entschuldigung in der Seite so eine Seite die sei zum Beispiel 4 Kilobyte groß 4 Kilobyte bedeutet 4096 Bytes 4096 ist 2 hoch 12 das wissen wir gerade auswendig wir haben ja alle mal in der Grundlagen der Informatik vorhin so gelernt 2 hoch 10 ist 1024 2 hoch 12 4096 deshalb haben wir das gelernt also der Offset ist die Adresse in einer Seite der vordere Teil der ausgetauscht werden muss den nennt man auch das ist die Seitenadresse und aus der Seitenadresse machen wir mit etwas das heißt die Seitenkacheltabelle dem hier die Kacheladresse und dann nehmen wir hier also hier nehmen wir 20 Bit das benutzen wir als Index in der Tabelle hier vorne sind noch ein paar Bits die so zur Verwaltung dienen schauen wir uns gleich an die hinteren 20 Bit hier die benutzen wir um die 20 Bit die hier rauskommen die wir hier mit diesem Index erreicht haben die verknüpfen wir konkatenieren zusammenhängen das Plus ist ein bisschen übertrieben das hängen wir zusammen dieses hier mit dem hinteren Teil und das ist die physikalische Adresse im Arbeitsspeicher und dazu dient diese Übersetzungstabelle wir müssen also die vorderen 20 Bit nehmen im Speicher nachgucken nach dieser nach diesen 20 Bit und dann haben wir die Adresse mit der wir zugreifen können die Tabelle die muss natürlich im Speicher liegen also die physische Adresse ist die der der Offset von der virtuellen Adresse plus das was in dieser Tabelle drin steht hier in dieser Spalte Kacheladresse hier vorne steht sind noch ein paar Bits die sagen schauen wir uns gleich noch an haben wir noch ein paar Minuten weil das hier im Speicher liegt würde das also bedeuten dass wir für jeden Speicherzugriff eigentlich zwei Speicherzugriffe brauchen das wird ja noch langsamer dann wären wir aus unseren 50 die wir eben hatten bei 100 das funktioniert jetzt nicht so gut deshalb gibt es etwas das heißt Translation Lookaside Buffer das ist Cache genau für die Adresseübersetzung wir generieren eine virtuelle Adresse die virtuelle Adresse schauen wir mal das geht schnell im Translation Lookaside Buffer der ist im Prozessor drin der produziert uns eine Adresse eine Hardware Adresse eine physikalische Adresse und mit der probieren wir es mal im Cache oder mal im Hauptspeicher je nachdem ob ein Cache steht oder ein Cache Miss haben wenn das nicht ein Translation Lookaside Buffer ist wenn wir einen TLB Miss haben dann müssen wir in diese Seitentabelle nachschauen in diese Seitentabelle nachschauen und die Übersetzung durchführen so wie hier das Ergebnis kommt in diesen Translation Lookaside Buffer in diesen Adress Cache rein wenn die Seite nicht physisch vorhanden ist dann braucht es das Betriebssystem den PageFault Handler und der lädt dann von der Festplatte die Seite in irgendeine Kachel rein dann wird die Seitentabelle in Ordnung gebracht und dann kann man zugreifen natürlich wollen wir hier eine hohe Trefferrate haben sonst wird der Computer langsamer aber das ist auch wieder so eine Sache mit Lokalität des Zugriffes auch so ein versteckter Cache sozusagen ein Cache für die Übersetzung diese Tabelle hier die wird wenn der Speicher groß wird bei 32 Bit müsste man dann hier schon 2 hoch 20 1 Million Einträge haben wenn da hier jeweils 4 Byte drinstehen wären schon 4 Megabyte vom Hauptspeicher futsch dafür und wenn es bei 64 dann hätten wir hier 2 hoch 52 Einträge das geht sowieso nicht also muss man das hierarchisch veranstalten die virtuelle Adresse wird aufgeteilt in die Ebene 3 Seiten Index in die Ebene 2 Index in die Ebene 1 Index dann gibt es noch so eine Kontext-Tabelle die als Hardware im Prozessor vorhanden ist diese hier und in der Kontext-Tabelle stehen dann Zeiger drin auf diese Ebene 1 Tabelle in der wir mit 8 Bit indizieren das sind dann 256 mal 4 256 mal 8 Byte dann adressieren wir hier drin und hier drin aber so ein mehrstufiger Zugriff dauert natürlich auch länger weil wir ja mehrmals speichern müssen deshalb ist dieser Translation LocalSide Buffer umso wichtiger diese Dinger die müssen jetzt nicht alle vorhanden sein sondern nur die die es wirklich braucht vom Adressraum ganz ausgenutzt wird der Adressraum in der Regel sowieso nicht von unseren Prozessen hier habe ich noch ein Beispiel hallo wie diese wie dieser graue Teil hier hier vorne aussieht da stehen diese 12 Bit die werden benutzt für zum Beispiel das Dirty Bit wir haben in die Kachel reingeschrieben wenn die Kachel ausgewechselt wird dann muss zurückgeschrieben werden das Use Bit Präsenz ob es vorhanden ist Read Write Bit ob diese Seite beschrieben werden darf und irgendwelche Rechte eine User Seite oder eine Supervisor Seite oder ob der Cache disabled ist oder ob wir den Cache Write Through veranstalten wollen um den Speicher differenzierter benutzen zu können dazu haben wir diese erweitert diese paar Bits hier hinten drin und das sind jetzt die Bits von der Intel Architektur vor ein paar Jahren Interessant ist in unserem Zusammenhang erstmal hier dieses Präsenzbit ja in der Seite steht was drin und dann B ist auch schon mal zugegriffen worden die Seite vielleicht ist auch noch nicht zugegriffen worden und die Seite ist geändert worden das hier um den Cash besser zu managen und vielleicht gibt es auch Seiten in die ein Prozess nicht reinschreiben darf die nur Read Only sind zum Beispiel für diesen Zweck hier unten zum Datenaustausch mit dem System oder mit anderen Prozessen so das Kapitelchen das ist auch nur ein kurzes Kapitel das macht man jetzt nicht mehr ich bin durch mit dem Stoff der Vorlesung ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit ich wünsche Ihnen auch noch viel Glück in der kommenden Klausur und möchte noch anfügen wenn Sie Fragen haben wenn Sie was nicht verstanden haben wir sind dazu da dass Sie uns befragen Sie sollten also bei uns vorbeikommen vielleicht vorher eine kurze E-Mail oder kurz mal anrufen unsere Telefonnummer kennen Sie auch beziehungsweise können Sie nachschauen auf der Uni-Seite im Telefonverzeichnis wenn Sie Fragen haben anrufen vorbeikommen wir erklären es Ihnen gern nur dann in diesen zwei Stunden von der Klausur erklären wir es nicht mehr aber schauen Sie sich den Stoff durch das ist wahrscheinlich auch gut wenn Sie es gleich am Anfang von der Semesterferien mal kurz durchschauen sich Fragen notieren und dann mit den Fragen bei uns vorbeikommen wenn die Klausur montags ist dann wird es wahrscheinlich schwierig sonntags mit uns noch einen Termin zu kriegen aber in der Woche vorher geht es schon noch und wir sind tatsächlich werden wir dafür bezahlt dass wir auch solche individuellen Fragen beantworten das ist es wird ein bisschen wie ein Geheimnis behandelt auch unter Studenten aber ja wir sitzen da rum schaffe der ganze Tag lang nichts nur damit Sie vorbeikommen können und diese Fragen uns stellen können also machen Sie uns ein bisschen Arbeit bitte ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche wirklich alles Gute bei der Klausur Auf Wiederschauen Ich bin ich bin ich bin ich bin von